Das Hotel Göal Premier Tekirova liegt in Tekirova in türkische Riviera. Das Hotel Göal Premier Tekirova ist sehr beliebt unter den Gästen. 95% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 335 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,6 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,8 Sonnen von 6 Sonnen. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,8 von 6 Punkten. Gastronomie. Hervorragende Speisen mit genügend Auswahl und Abwechslung bietet die Küche dieses Hotels. So die Meinung der Gäste. 5,7 von 6 Sonnen werden hierfür vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Sport und Unterhaltungsprogramme sind in diesem Hotel fantastisch, was sich an der besonders guten Bewertung von 5,7 von 6 Sonnen zeigt. Service. 5,5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.